Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Flötzinger! Hey! Alles Gute! Gratulation! Norddeutscher Rundfunk 2021 Habt ihr meinen Geburtstag doch nicht vergessen? Ja, logisch! Denkst du, wir vergessen einen Ehrentag? Also zwischendurch schon. Das glaubt man doch nie! Das ist doch unser Lieblings-Ignaz! Wir haben sogar ein Geschenk für dich! Aha! Oder? Natürlich! Auf dich, Flötzinger! Prost! Prost! Jetzt bin ich aber schon gespannt, was ihr für eine Überraschung für mich habt! Du wirst schauen! Ist ganz was Tolles, gell? Mhm! Ah ja, ähm... Hubs! Das schau ich an! Das schau ich an! Das ist ja bloß ein Lottoschein! Soll das ein Scherz sein? Nein, das ist deine Chance auf den Jackpot! Da sind sogar 17 Millionen drin! Meine Chance auf den Jackpot ist gleich null! Ihr habt jetzt ein einziges Feld ausgefüllt! Das ist ein Lötzinger! Chance ist Chance! Mein Glück ist euch genau ein Euro wert! Und 25 Cent Gebühren! Ja, genau darauf trinkt man jetzt, gell! Ja! Ulfi, pass mal die Luft auf die Gleisle! Aber ohne mich könnt's mich nämlich malen! Undankbarer Sack! Ein Euro! Und 25 Cent Gebühren! Ja, und? Könnt's mich alle mal am Arsch lecken! Blöde Heinis! Ja, ja! Feuerwerk! Wahnsinnig witzig! Ja! 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 Ja!